Es gibt wenige Fäße, wo man alle Bauprodukte, die es gibt, schön nebeneinander betrachten und begreifen kann. Begreifen, sprich die haptische Qualität überprüfen, das geht per Internet nicht. Man muss Materialien, Baumaterialien muss man auch vor Ort aufnehmen und das ist an einer Messe ideal. Andererseits kann man eine Messe nutzen als Informationsplattform, als Austauschplattform mit Kollegen, mit Bauträgern, Baubehörden usw. Was erhoffen Sie sich von der Messe mitnehmen zu können? Der Architekt ist grundsätzlich innovationsgetrieben, das heisst, wenn er kommt, dann will er Neuigkeiten sehen, er will Produkte, Systeme kennenlernen, die er noch nicht kennt. Die Hersteller haben das quasi gemerkt und die sind in ihrer Innovation so getaktet, dass sie in den Messen ihre neuesten Entwicklungen auch aufzeigen können.